Tag, heute reden wir mal über Valorant. Oh, 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 der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich sofort sagen, äh, klick. Valorant, ja man kommt nicht dran vorbei, es ist der absolute Hype. Wir haben ja lange nicht mehr über Hype-Games gesprochen. Und was will ich mit dem Video heute sagen? Ich will das gleich von vornherein feststellen, damit nicht irgendjemand wieder über den Klickbait, Mist oder so denkt. Zum einen möchte ich erklären, warum Valorant ein, in meinen Augen, sehr geiles Spiel ist, das durchaus einen Hype verdient. Und, aber auch darüber kurz reden, warum ich nicht verstehe, warum der Hype überhaupt da ist so richtig. Beziehungsweise, dass ich glaube, dass viele Leute auch enttäuscht sein werden, wenn sie es dann selber zocken. Ich selbst muss ganz kurz dazu sagen, ich habe früher unendlich viel Counter-Strike gespielt. Lange bevor CSGO rauskam, als Half-Life 1 und 2 Mods auf Source-Basis. Ähm, ich habe wirklich sehr viel Counter-Strike gespielt, quasi seit es Counter-Strike gibt. Und das Prinzip eines competitive Counter-Strike-mäßigen Spiels, das versucht komplett ohne Randomness auszukommen und wirklich so nah wie möglich an die perfekte Skill-Basiertheit ranzukommen, ist mir nicht neu. Trotzdem, muss ich sagen, hatte ich beim Zugucken von Valorant, bevor ich selbst einen Key hatte, nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich gestehen, wie ich erst gedacht hatte. Ich habe mir ein paar Streams angeguckt, aber es hat mich einfach nicht so richtig gecatcht. Und ich denke, viele Leute, die jetzt einen Stream anklicken, werden sich das ansehen und denken, hm, verstehe ich nicht, was soll daran so doll sein? Die Grafik ist kacke, das sieht nicht spektakulär aus, die Leute schießen irgendwie random durch die Gegend und keiner weiß so richtig, was eigentlich Phase ist. Und ja, ich will euch vielleicht mal ein bisschen erzählen, warum einige Sachen so sind und warum ich glaube, dass Valorant doch ein sehr geiles Spiel sein könnte, und zwar sogar auf lange Sicht gesehen. Valorant ist halt absolut kein Casual-Titel. Wer jetzt also gerne Call of Duty und Battlefield spielt, kann durchaus an Valorant Spaß finden. Es kann aber auch sein, dass das überhaupt nichts für euch ist, denn die Spiele sind von den Mechaniken grundweg unterschiedlich. Das fängt natürlich schon bei der Grafik an. Valorants Grafik ist absolut nicht schlecht. Aber es ist halt kein Grafik-Bombast-Titel. Die Grafik soll so sauber wie möglich sein, damit du Gegner vernünftig erkennst. Es soll darum gehen, dass man mit Fähigkeiten die Sicht nimmt. Nicht mit der Map, sondern dass es wirklich einfach skillbasiert ist. Dass es keinen gibt, der sich in irgendeiner Rauchwand verstecken soll, die auf der Map irgendwo ist. So wie jetzt zum Beispiel in COD das öfter der Fall ist auf den Maps, dass das halt alles so Grafik-Spektakel ist, was überall rumflattert. Und das lenkt halt nur ab. Also die Grafik ist hier wirklich einfach pragmatisch und das hat auch einen Grund. Also wem das nicht gefällt und wer damit absolut nicht klarkommt, der ist natürlich bei Valorant ganz verkehrt. Ich selbst habe auch schon mal Spielen wie Battlefield ab und zu manchmal die Grafik auf sehr niedrig gestellt, einfach um vernünftig erkennen zu können, wo die Gegner sind, um dadurch einen Vorteil zu bekommen. Mittlerweile sind die meisten Spiele bei mir auch in der Grafik auf voll, weil ich ja auch streame und mir dann denke, gut, im Stream sollte die Grafik natürlich dann möglichst auch gut aussehen. Aber es gibt so Effekte, die schalte ich auch pauschal immer noch ab. Valorant macht das halt ganz clean. Das heißt also, es ist wirklich nichts, was irgendwie ablenkt. Es geht hier wirklich nur ums Gameplay und es soll so gut wie möglich spielbar sein. Und es gibt Leute, für die ist Grafik alles und ich denke, die werden diesem Spiel dann doch eher den Laufpass geben. Was diese Spiele wie Valorant und Counter-Strike versuchen zu erreichen, ist, dass es keinen Zufall gibt. Das heißt also kein Random-Faktor. Was meine ich mit Random-Faktor? Wenn ich bei Battlefield, COD oder selbst bei Rainbow Six schieße, dann folgt die Waffe vielleicht einem grundsätzlichen Lauf, einer grundsätzlichen Rückstoßrichtung. Und man weiß bei den meisten Waffen zum Beispiel, okay, ich muss einfach nur ein bisschen nach unten ziehen, ein bisschen nach unten links ziehen, ein bisschen nach rechts ziehen. Und ich weiß so in etwa, wie der Recoil funktioniert. Bei Counter-Strike und auch genauso jetzt bei Valorant ist es so, dass die Waffe immer den exakt gleichen Lauf hat. Und dieses Spray-Pattern hat immer die gleiche Reihenfolge. Und man kann diese Spray-Pattern auswendig lernen, um den Rückstoß so perfekt wie möglich zu kontrollieren. Und wer das richtig gut kann, der kann es erreichen, dass er halt quasi on-point Dauerfeuer machen kann. Das ist nicht leicht zu erreichen und das erfordert natürlich eine Menge Übung und Erfahrung und Skill. Das wird auch nicht jeder schaffen. Aber man kann es machen und es ist für jeden exakt gleich. Das heißt, ein Feuergefecht ist zu 100% fair und balanced. Und wenn ein Gegner dich besiegt, außer er hackt natürlich, das ist mal außen vor, bevor wieder die Kommentare kommen. Oh, warum ist das so ein Hacker? Ich rede jetzt von fairen Matches ohne Hacker. Wenn du in diesen Spielen ein Feuergefecht verlierst, dann war der andere besser. Oder du warst in dem Moment nicht auf der Höhe. Er hat einfach das besser gespielt. Es ist halt einfach doch immer noch so ein Random-Faktor in vielen Spielen mit drin. Und deswegen zum Beispiel feiere ich Valorant sehr. Weil ich mag es einfach, dass die Spiele auch mal wirklich skillbasiert sind. Und nein, Call of Duty, Battlefield, das sind keine skillbasierten Spiele. Das bedeutet nicht, dass man keinen Skill braucht für diese Spiele. Man kann damit Skill auch was schaffen. Ganz im Gegenteil ist oft sogar der Fall. In Call of Duty wirst du für Skill ja noch belohnt. Aber in einem skillbasierten Spiel braucht der Spieler keine Belohnung für den Skill. Denn du spielst mit deinem Skill und bekommst den Kill als Belohnung. Und das ist ein skillbasiertes Spiel. Man bekommt da nichts geschenkt. Man muss es sich erarbeiten. Man muss es sich in jedem Kampf wieder erkämpfen. Und für wen das was ist. Und wer sich in Call of Duty immer über Random-Tode oder Random-Kugel oder sonst was aufregt. Für den ist Valorant auf jeden Fall einen Blick wert. Valorant ist ja nun von Riot Games. Und Riot Games ist ja nun schon mal nicht unbekannt. Allein durch League of Legends. Und sie haben in League of Legends gezeigt, dass sie wirklich sehr gut darin sind. Competitive Titel rauszubringen. Sich sehr viel auch mit der Materie beschäftigen. Und vernünftige Spielerlebnisse auch bieten wollen. Es gibt natürlich immer dieses Problem in Shootern. Oder auch gerade heutzutage sehr viel mehr, finde ich, als früher mit der Netzwerkproblematik. Die meisten AAA-Games, die rauskommen, haben relativ schlechte Server, haben relativ schlechte Tickraten. Valorant hat aber 128 Hertz Tickraten-Server und super geringe Pings. Riot fängt an, wirklich flächendeckend Server zu stellen oder zu bestellen, um die Pings niedrig zu halten. Um die Verbindung wirklich zu gewährleisten, die so ein Spiel auch braucht. Weil sonst kannst du das vergessen. Und Riot hat auch den Anspruch, ob sie es erreichen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist der grundsätzliche Anspruch da. Zum Beispiel Peakers Advantage möglichst zu eliminieren oder so gering wie möglich zu halten. Ganz kriegt man sie wahrscheinlich nie raus. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, ist auch egal. Es geht einfach da auch wieder um Fairness in den Feuergefechten. Und natürlich das größte Thema überhaupt, auch gerade jetzt wieder in Warzone gewesen, Cheating. Riot will natürlich Cheater möglichst komplett eliminieren. Es wird immer Leute geben, die cheaten. Da braucht man nicht weiter drüber reden. Es wird auch für jedes Anti-Cheat-Programm immer ein weiteres Anti-Cheat-Anti-Programm geben. Wie auch immer ich es jetzt vernünftig ausdrücken soll. Ihr wisst, was ich meine. Es wird immer eine Methode geben, das irgendwie zu umgehen. Und jeder wird da immer wieder dran sein. Aber man muss es den Leuten ja nicht unnötig leicht machen, so wie das jetzt in Warzone der Fall war. Aber da hat man das Gefühl, dass sich jeder Scheiß-Hack, den man sich aus dem Internet runterladen konnte, halt automatisch schon funktioniert hat. Deswegen waren die Server ran voll mit Hackern. Und das wollen die hier natürlich nicht. Und es soll rigoros gegen Cheater vorgegangen werden. Es soll gegen Toxicity, also Toxic Player, angegangen werden. Und das sind alles Sachen, die finde ich sind wichtig. Weil eine gute Community, eine gute Technik und ein gutes Spiel machen auch ein gutes Spielerlebnis. Wir werden noch eine ganze Menge über weitere Themen von Valorant reden. Aber jetzt für heute würde ich noch ganz gerne ein einziges weiteres Thema kurz mit ansprechen. Und das ist das Thema der Langzeit-Motivation. Im Grunde ist Valorant ja so eine Art Counter-Strike mit Helden. Und das ist natürlich ein Hybrid aus Counter-Strike Go. Oder in meinem Fall finde ich eher, geht es eher so in Richtung Counter-Strike 1.6 mäßige Mechaniken. Für die Leute, die es gespielt haben. Und halt eben ein bisschen Overwatch drin. Wobei man das auch nicht wirklich vergleichen kann. Die Fähigkeiten in Valorant sind eher gleichzusetzen mit Gadgets, die man sich zum Beispiel in Counter-Strike kauft. Zum Beispiel gibt es ja keine HE-Granate. Dafür gibt es aber dann Charaktere, die sowas ähnliches als Fähigkeit haben. Warum sind Helden per se nichts Schlechtes? Und warum tauchen sie in immer mehr auch Shootern auf? Grundsätzlich und kurz gehalten, muss ich sagen, finde ich die Idee, Helden in Spielen zu haben oder so Operator oder wie auch immer man sie nennt, im Spiel zu haben, wirklich klasse. Denn man sieht es am besten, finde ich, momentan bei Rainbow Six Siege, was ein einzelner neuer Charakter in der Meta anrichten kann. Was ein einzelner neuer Charakter in der Widerspielbarkeit alter Maps reinbringen kann. Das ist eben nicht nur noch, dass du die Motivation hast, oh, eine neue Map, die kann ich wieder lernen. Die Kombination mit anderen Operatoren, Fähigkeitshelden, Mann, wie heißen das? Agents heißen die, glaube ich, bei Valorant. Ich weiß es nicht genau. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es wird immer wieder ein Widerspielbarkeitswert da sein, dadurch, dass die Meta sich halt immer wieder ändert. Und wenn die das auch so gut hinkriegen, dass die vernünftig gebalanced sind. Rainbow ist da ja so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Da sind welche bei gewesen, die waren okay. Oft sind sie halt schon bei Release total broken. Muss man halt mal sehen. Ich gebe Riot aber erstmal eine faire Chance. Noch ist ja nicht viel passiert und bin erstmal gespannt. Aber grundsätzlich finde ich das Konzept gut. Und man erkennt einfach, dass das grundsätzliche Counter-Strike-Prinzip halt immer noch wirklich ein sehr gutes Fundament bietet für extrem gutes Gameplay. Und auch wenn ich am Anfang wirklich absolut keinen Hype empfunden habe für das Spiel, obwohl ich mir ein paar Streams angeguckt habe, obwohl ich mir Videos dazu angeguckt habe, ich bin von dem ersten Match, das ich selbst gezockt habe, angefixt gewesen wie sonst was. Ich wollte die Maps lernen, ich wollte die Fähigkeiten kennen, ich wollte die Calls lernen. Ich habe wieder richtig Bock, ein Spiel mal wieder aktiv und langfristig zu zocken. Braucht jetzt keine Angst haben. Das wird jetzt kein Valorant-Kanal hier, wo nur Valorant läuft. Aber auf Twitch werde ich momentan wahrscheinlich die meiste Zeit Valorant streamen. Und es wird bestimmt auch Highlight-Videos hier geben. Aber abgesehen davon gibt es natürlich auch weiterhin bunten Content. Da braucht ihr also keine Panik haben. Und wenn ihr jetzt wirklich noch bis hier geguckt habt, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ich habe jetzt mal meine neue Sony-Kamera angeschlossen, um das Ding hier mit aufzunehmen für den Greenscreen. Ich hoffe, dass man den Qualitätsunterschied gemerkt hat. Vielleicht ist ja der ein oder andere Kommentar vorher schon verfasst worden. Ist noch nicht alles perfekt eingestellt und die Belichtung ist leider auch noch nicht so richtig geil hier. Da muss ich mir wirklich was überlegen. Vielleicht ist es auch noch eine Einstellungssache. Aber schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Valorant fandet. Eine Bewertung wäre super nice, weil das zeigt mir, ob es cool war oder nicht. Und ja, im Großen und Ganzen hoffe ich einfach auf viele spaßige Stunden mit Valorant und bin sehr gespannt, was ihr von dem Game haltet. Macht's gut, haut rein, ciao. Das war's für heute.